Ich bin der Messer Markus von der HSG Dillingen. Wir sind eine Hexen- und Seele-Gemeinschaft mit neun Fahrzeugen, neunmal Glas Jaguar und wir haben im ersten Schnitt die Möglichkeit gehabt, den neuen Camper Pickup zu testen, in einem massigen Grünrockenbestand, der zwei Tage vorher auf schwarz gemäht worden ist, mit neun Meter Arbeitsbreite. Wir haben durch die Bank eigentlich alles getestet von Schnittlingen von 4 Millimeter bis 12 Millimeter. Ich habe absolut kein Problem, das Fahrzeug, das hinter uns steht, in Auslastungsbereichen von 120 Prozent zum Fahren. Auch mal ein Shoppen von dem Mähwerk, dass man einen größeren Haufen dran hat etc. war kein Problem im Vergleich zu anderen Pickups, die wir hier auf dem Hof haben. Gusbonkirchen